Der Tausendkreuze-Marsch bedeutet für mich, dass ein Frauenbild aus dem 18. Jahrhundert auf die Straße getragen werden soll. Offen sexistisches Gedankengut im Schulterschluss mit radikalen Rechten. Dass da Menschen auf der Straße sind, die menschenfeindliche Einstellung haben und mich und andere Menschen in ihrer Selbstbestimmung beschneiden wollen. Dass sich alles sammelt und Macht demonstrieren will auf der Straße, was ein total rückwärtsgewandtes Frauenbild hat und Frauen das Recht auf Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper absprechen möchte. Ich gehe demonstrieren, um den Tausendkreuzen ein deutliches Zeichen entgegenzusetzen und für sexuelle Selbstbestimmung einzutreten. Weil ich es wichtig finde für die Sachen, an die ich glaube und die mir wichtig sind, auch einzutreten und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand anders das für mich übernimmt. Damit ich für eine emanzipatorische und antisexistische Gesellschaft einstehen kann. Ich gehe am 16.03. demonstrieren, damit Frauen selber entscheiden können, ob und wann sie Kinder bekommen wollen.